da und damit ein furcht-fröhliches willkommen auf Lara Croft hier wohl PC-Version und Prozent damit den letzten roten Schlüssel eingesammelt haben für mich ist das der letzte als wenn es so einfach wäre also die letzten zwei drei Haftfolgen Worte geil gemacht jetzt bleibt mich schon mit einem Scheißkabel hängen für das Internet mann diese Strecke die muss ich mich mal umlegen da hatte ich nicht monetarisierbare Koppelsfall Copyright, Copyright, Sound, Music Drill ich hatte keinen Bock noch mal neu aufzunehmen und dann nochmal deswegen habe ich mir einfach irgendwas gesucht und untergelegt und Hauptsache fertig scheißegal warum mit meinem Mikrofon so einen leichten Hall drin ist warum sich das so ein bisschen komisch anhört kann ich nicht sagen nach den letzten Updates ich weiß nicht ob 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 von Sound Blaster muss mal gucken ob es ein Update da irgendwas gibt oder so das ist der Ton vom Mikrofon ein bisschen komisch an naja dann ist das halt mal so ja also wir machen jetzt einmal weiter hier das geht einigermaßen ich habe jetzt mal ein bisschen mit Musik einzubauen vom Spiel selbst wahrscheinlich zwischendurch mal was hören mal nicht mal was hören so jetzt hat man was also ich höre jetzt musik zum beispiel bekommt vorher so nehmen wir jetzt erstmal den linken weg das ist man wieder auf das spiel konzentrieren also jetzt kommt der teil wo die levels richtig schwer werden da kriegt man richtig facepalm das heißt wir werden ziemlich oft die hinweistaste nutzen kann ich euch schon mal versprechen sonst kommen wir da nicht durch so dass ein einmal zügig durchzubringen das spiel und ihr noch sieht dass am anfang ist es noch schwer aber am ende zieht sich ganz schön hin so was haben wir da kommen wir nicht weiter so gehen wir einfach mal hier rein so jetzt sind wir hier so jetzt haben wir da offen ist er und sowas ist hier da passiert nix auch nicht so geht das wir müssen es wieder zurück um hier welche freizuschalten oder hier umständlich muss echt überall hier irgendwo lang laufen damit die dinger freikommen und die tiere verschrecken und das soll ich euch jetzt mal wenn man hochklettert verliert man die fackel also das ist schon wieder sehr interessant und weiter geht's was haben wir jetzt hier genau machen wir dann erstmal nach oben jetzt wollen wir uns erstmal runter her den brauchen wir nämlich gleich da können wir uns auch jetzt sehen wir brauchen wir gar nicht erst ich muss doch runter nicht oder nicht nicht warte mal ich muss die schlange darauf kriegen frage ist um okay glaub ich ich weiß wie danke liebsten das feuer nicht mit nach oben mitnehmen können aber wir machen das kann man nicht okay das war jetzt echt das war scheiße die hätte da da bleiben müssen das heißt ich hätte mit darf ich hätte wieder eine fackel holen müssen okay ich lasse mich ja das ist nicht einfach da muss dann echt logisch denken was wie und wo und so jetzt holen wir das ding noch mal runter moppelchen gehst mal rüber nein 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 da okay 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 auch der zug gerade war nicht richtig wenn ich jetzt scheiße ich denke ich das einmal betrete ist schluss okay dann machen wir nein 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 ich hätte die erste schnitzel sollen damit die ein nach hinten gegangen kommt hat mir hin also also ja hör doch auf mensch du sollst aber noch mal auf und danke ja hopp und hopp und hopp und hopp und hopp ich muss doch nach oben ich idiot das war wieder falsch ja das bringt doch echt viel ja das hat überhaupt nichts gebracht danke das muss was aber jetzt müsst was aber gleich mal haben so machen wir das ganze nochmal einmal bitteschön einmal bitteschön und dann jawoll mitnehmen und wieder hoch so 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 und so so und so und so und so und so und so jetzt haben wir es jetzt haben wir es boah du ja du musst mir jetzt auch noch kommen was ich muss jetzt was die wenn ich die da die muss da wieder drauf denke ich dieses level das war sehr tricky muss ich sagen wenn die jetzt da hinten hingeht ist die jetzt weg da war doch was wir machen das um ich halte von den kack k 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 rüber geht jetzt wieder zurück sie sieht mich zum glück nicht was das was mache ich mal weg und die wir dann nicht gefährlich denke ich mir mal die wird nur also mir wird es gefährlich wenn ich dahin will jetzt muss ich gucken dass ich wenn ich dann gehe dann geht die zurück ach moment geht es eben nicht so warte mal wir nehmen uns dann mal den hier mit ich werde euch so genau und jetzt genau sehr schön so funktioniert machen wir das einfach so weil es ist über schlangen von der seite können dir nichts so ich muss jetzt an der hübschen da vorbei die frage ist wie mache ich ich muss ja da drauf ich weiß nicht mehr inwiefern in die säulen funktion hatten das ist jetzt gerade ich kann hinten hoch ja dann kann ich die abballern dann was was bringt mir das feuer weiß ich nicht brauche ich das feuer unbedingt ich komme an der jetzt nicht vorbei wenn ich da jetzt so her will das heißt ich müsste ich müsste hier wie ich gehen damit hier kommen kann ich abballern komme ich oben bin brauche ich das dann noch mit dem feuer wahrscheinlich ja damit ich hier weiter kommen aber wenn ich runter klettere lässt du das feuer wieder fall so mit hätte ich dann verloren würde ich sagen es sei denn ich schiebe den nach hinten hier rüber aber jeder geht ja kann mich weiter das ist abgeschnitten okay wie geht das das bringt nichts ich komme dann nicht kommt sonst nicht weg da ich bin ich bei der bläden schlagen ich bin ich bei der bläden schlagen ja da komme ich dann nicht weiter also wie geht es weiter ich kann nicht wieder zurückziehen aber ich muss ja dann vorbei aber wie komme ich dann vorbei dann hatte mich an wenn ich von da will das heißt ich muss von da aus wie kriege ich die abgewandert und wie kriege ich diese behinderte soll die mich gerade total mega ab abnervt sie über die neue rüber ja wenn ich die erziehe bin ich da drauf die Säule aber nicht kommt aber dann nicht mehr dran vorbei ich kann doch keine Säule wie so ziehen dass ich die vor die Schlange schieben kann das heißt da kann ich die wieder zurück schieben das ist ja gerade das wo ich drauf hin ich will das war in die Ecke damit der würde ich mir nicht mal ich musste irgendwie diese scheiße darüber schieben ich schießt die wand an so toll das habe ich das und wie geht es jetzt weiter da komme ich nicht das jetzt machen komme ich darüber und bin tot ich kriege die nicht rüber gezogen sonst schnickert die mich hier weg wenn ich die soll herunterschiebe passiert auch nix ich kann es auch wieder zurück schieben das hänge ich hier fest ja wer geht jetzt nicht das ist dann hier her ich kann sie zwei jahre verschieben das heißt ja moment moment vielleicht ist das die löse aber da kommen das ist doch wohl steht ist das doch was sagst du mir jetzt jetzt wieder umgestellt wie am anfang geht es hier hin dort die schiebe ich da hin okay soweit war ich auch schon so geht es hier mich jetzt genau jetzt ziehe ich die wieder zurück aha ach so ach so so einfach ich würde mich jetzt ärgern weil mir das gerade so auf die nerven geht warum soll ich jetzt zurück das ist ja kompliziert ey komplizierter geht es wohl nicht ey naja klar ich kann das feuer nicht mit rüber nehmen es sei denn ich bleibe oben manche dass ich runterkletter letzte fackel fallen ähm ja okay äh das hätte ja auch so einfach sein ja das level war jetzt nichts für mich ich lebe wenn du mal besser ich lebe wenn du mal besser jetzt habe ich die säule wie geht es jetzt weiter ich muss auf gelb damit ich die feuerung damit ich an der spinne vorbeikommen das heißt ich muss mir zurückziehen glaube ich und dann glaube ich noch das heißt ich kann jetzt die spinne ja das ist junge du willst mich wohl warte mal moment Nein, du sollst, ach man, ey, ist das. Du sollst zurückklettern, du Domas Vieh. Du musst da oben draufbleiben. Oh Gott, nochmal. Mach ich das so, mit dir zusammen oder ohne nicht. So, jetzt aber. Okay, so, es bleibt wieder dauerhaft da oben. Da, da, da. So greift mir die an mit dem Feuer, sehr schön. Pfff.